Ich brauche so ein Fortbewegungsmittel nicht. Da steckt etwas im Briefkasten. Das Fenster ist schon halb geöffnet, also wird es einfach. Sie durften nicht weg, wie? Dabei war ich schon fast draußen. Der Alte muss mich hassen. Da sind Sie nicht allein. Und er ist auch nicht allein. Diese Kriminellen lassen uns immer am Wochenende arbeiten. Was wissen Sie über das Opfer? Es ist ein Mädchen. Sie war Stammkundin. Warum bringen sich die Männer nicht einfach gegenseitig um? Gibt es Beweismittel? Glauben Sie mir, der Inspektor war schockiert, als er gesehen hat, was sie alles eingesammelt haben. Das denke ich mir. Aber jetzt interessiert mich dieser Mord. Dasselbe Vorgehen. Wie der Puppenspieler? Wem gehört diese Wohnung? Einem Jack Dupree. Ein Landsmann von ihnen. Die Nachbarn haben einen Streit mitbekommen. Das ist interessant. Haben Sie schon mit ihm gesprochen? Da müssen Sie schon den Inspektor fragen, wenn er Zeit hat. Ist diese Besserwisserin hier? Schicken Sie sie rauf. Ich komme später wieder. Sieht aus wie eine Werkzeugkiste. Vielleicht finde ich darin etwas Nützliches. Ein Schrank voller Müll. Ich bin hier, Inspektor. Oh, was tut eine wunderschöne Frau wie Sie hier? Sie sollten sich die schönen Seiten von Paris ansehen und nicht solche Löcher wie dieses. Danke für Ihr Mitgefühl. Aber ich war schon auf dem Montmartre. Das wäre nicht nötig gewesen. Wir schicken Ihnen alle Daten, die Sie brauchen. Jetzt bin ich schon hier. Also warum erzählen Sie mir nicht etwas über den Verdächtigen? Gut. Er ist Amerikaner. Sein Name ist Jack Dupree. Wie lange ist er schon hier? Ein paar Wochen. Passt auch auf Ihren Puppenspieler. Wir müssen die Daten überprüfen. Irgendwelche Spuren, Fingerabdrücke? Ja, sie werden gerade verglichen. Und wer ist das Opfer? Jacqueline Laurent. Auch Tänzerin. Diesmal vom Moulin Rouge. Den Haken und Seilen nachzuurteilen, wurde sie auch so präpariert? Er hat sie so über dem Boden aufgehängt, als würde sie gerade ein Grand Jeté machen. Da, wo der Blutfleck ist. Blut? Das klingt aber nicht nach dem Puppenspieler. Er hat seine Opfer immer ganz sauber positioniert. Oh, diesmal musste es vielleicht schneller gehen. Man denkt immer, diese Irren wären unfehlbar. Aber manchmal unterlaufen auch Ihnen Fehler. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe es einmal mitbekommen. Was ist mit der Puppe? Hat er eine Puppe zurückgelassen? Nein. Aber höchstwahrscheinlich hat ihn jemand überrascht. Haben Sie Zeugen? Ja. Eine Frau, die hier wohnt. Hat sie den Mord gesehen? Nein. Aber wir sind dem Täter ohnehin dicht auf der Spur. Kann ich bei der Vernehmung dabei sein? Wollen Sie wirklich mit uns in einem stickigen Zimmer sitzen? Ja, das will ich. Nun, wissen Sie, wir haben ihn noch nicht wirklich, aber das ist eine Sache von Stunden. Es ist sehr wichtig für uns. Wir müssen wissen, ob es der Puppenspieler ist oder nicht. Und das werden Sie auch erfahren. Wir quetschen ihn aus wie eine Zitrone. Kann ich darauf zählen, dass Sie mich anrufen, wenn... Sie wissen schon. Ich versuche es. Aber wenn man so viel zu tun hat wie ich, kann man so etwas schon vergessen. Ich kann natürlich auch direkt mit Ihren Vorgesetzten sprechen, aber das ist nicht ganz dasselbe, wie mit einem Kollegen zu sprechen, der vor Ort arbeitet. Ich gehe bald wieder zurück in die USA und will meinem Boss etwas liefern können. Er macht Ihnen das Leben wohl auch nicht leicht. Das sehe ich an Ihrer Eile und Hartnäckigkeit. Ich wusste, Sie würden es verstehen. Immerhin sitzen wir beide gerade nicht gemütlich in einem Café. Ich hoffe, dass wir einmal Gelegenheit haben, uns besser kennenzulernen. Privat meine ich. Ja, beruflicher Kontakt stört die wahre Beziehung zwischen Menschen. Hier ist meine Karte. Sieht schick aus. Oh ja, danke. Nächstes Mal vielleicht? Ich komme sicher einmal wieder zu Besuch. Ich lebe Frankreich. Mein Vater stammt von hier. Wirklich? Ah, deswegen auch der französische Nachname. Mein Vater kann stundenlang über die französische Küche und über Weine sprechen. Ich wusste, dass Ihr Sternzeichen nicht Hotdog ist. Und ich wusste, dass Sie eine brillante Intuition haben. Vergessen Sie den Fall und gehen Sie in ein gutes Restaurant. Genießen Sie das Leben wie ein gutes Abendessen. Wie Sie sehen, erlebt nicht jeder den Hauptgang. Kann ich mich umsehen? Das müssen Sie gar nicht. Diesmal haben wir alles wirklich gründlich überprüft. Nein, das wollte ich damit nicht. Wir schicken Ihnen alle nötigen Informationen, aber bitte schnüffeln Sie hier nicht noch mehr herum. Lassen Sie mich wissen, wenn etwas passiert? Vergessen Sie den Fall. Das wird Ihnen gut tun. Fassen Sie bitte nichts an. Diese Objekte passen nicht zusammen. Von diesem Beweisstück habe ich schon ein Foto gemacht. Diese Objekte passen nicht zusammen. Stimmt es, dass jemand den Täter gesehen hat? Ja, die Dame in Wohnung Nummer 12, ein Stockwerk tiefer. Was hat sie gesagt? Sie ist im Gang an Dupree vorbeigegangen, etwa um die Tatzeit. Ich würde Sie gerne sprechen. Ist sie zu Hause oder auf der Polizeistation? Sie ist zu Hause, aber sehr verängstigt. Wie heißt sie? Agnes Grouché. Ich versuche mit ihr zu sprechen. Ich spreche mit der Frau. Ich weiß nicht, ob sie bereit ist, mit Ihnen zu reden. Guten Abend. Mein Name ist Nicole Bonnet. Ich würde gerne kurz mit Ihnen sprechen. Madame Grouché, es tut mir leid, dass ich Sie so spät noch belästigen muss, aber ich muss mit Ihnen über den Mordfall sprechen. Ich habe doch schon alles gesagt und jetzt lassen Sie mich in Frieden. Nur ein paar Fragen. Ich kenne Sie nicht. Ich muss mit Ihnen über den Mord reden. Lassen Sie mich in Ruhe! Inspektor Petit ist beschäftigt, aber er hat mich geschickt, um Ihnen ein paar Fragen zu stellen. Lassen Sie mich schlafen. Ich bin völlig am Ende nach allem, was passiert ist. Madame Grouché, es tut mir leid, aber es ist wichtig. Dieser Mann darf nicht frei herumlaufen. Vielleicht retten wir jemandem das Leben. Jesus! Und mein Leben zählt wohl nicht? Sie sind in Sicherheit. Haben Sie ihn denn gesehen? Er rannte raus, als hätte er es eilig, seine Geliebte zu sehen. Ich habe ihn nur von hinten gesehen, aber es war ganz sicher dieser Amerikaner. Jack Dupree? Ja, er war angezogen wie immer. Selbe Größe, selbe Haarfarbe. Das habe ich doch alles dem Inspektor schon gesagt. Was für ein Mensch war dieser Dupree? Davor? Er war nett, aber hat nie viel gesprochen. Er konnte nicht besonders gut Französisch sprechen. Und ist Ihnen irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen, außer dass er in Eile war? Ich weiß nicht. Irgendetwas Metallisches fiel auf den Boden. Als hätte er seine Schlüssel verloren. Aber es war kaum zu hören. Danke. Schlafen Sie gut. Ohne meine Tabletten kann ich sowieso nicht schlafen. Ohne Werkzeug werde ich das Metallgitter nicht anheben können. Hinter Ihnen ist ein Werkzeugkasten. Ein Werkzeugkasten? Ach ja. Kann ich kurz hineinsehen? Besser nicht. Der gehört Michelle, dem Techniker. Wenn jemand seine Sachen durcheinander bringt, rastet er aus. Kann ich mal in den Werkzeugkasten sehen? Nein, Michelle würde das nicht erlauben. Ich frage mich, ob hier irgendetwas Interessantes drinsteht. Eine alte Ausgabe der Lokalzeitung. Wir brauchen eine andere Lösung. Wir brauchen eine andere Lösung. Eine alte Ausgabe der Lokalzeitung. Das nennt man Versuch und Irrtum. Das funktioniert nicht. Haben Sie schon gelesen, was man über Sie schreibt? Was? Wo? Es heißt, dass die Polizei völlig im Dunkeln tappt. Es ist wirklich ziemlich dunkel hier. Ich frage mich, ob sie verschlossen ist. Was für Schätze. Wonach habe ich nochmal gesucht? Wenn ich keine neuen Beweise finde, kann ich wenigstens meine Butterbrote einpacken. Wir brauchen eine andere Lösung. Vorhin war ein Mann hier, der Sie dringend sehen wollte. Wer war das? Ich glaube, ein Amerikaner. Er wollte nicht auf Sie warten, also hinterließ er einen Brief für Sie. Gut, ich lese ihn, sobald ich zurück bin. Würden Sie mir ein Taxi rufen? Es kommt gleich jemand. Vielen Dank. Keine Ursache. Könnte ich diesen Brief haben? Bitte. Und dieser Mann hat sich nicht vorgestellt? Nein. Er war sehr nervös. Das ist ja interessant. Danke. Ich bin unschuldig. Treffen an der Ponte de Saint-Valide um 23 Uhr. Bitte keine Polizei. Jack Dupree. Ich werde mich mit ihm treffen. Vielleicht ist er ja unschuldig. Dieser Brief passt nicht zu dem Profil eines Serienmörders. Wo ist die Ponte de Saint-Valide? Oh, die ist ziemlich weit weg. Sie nehmen besser ein Taxi. Würden Sie mir bitte eins rufen? Für wann? Für sofort. Ich rufe an. Ist man in Amerika eigentlich nicht zu Abend? Oh, das habe ich völlig vergessen. Sie werden noch verhungern. Ich verspreche, dass ich etwas esse, wenn ich zurück bin. Gut, ich nehme Sie beim Wort. Gibt es hier überhaupt noch Cafés, die aussehen wie aus dem frühen 20. Jahrhundert? Wenn Sie die Atmosphäre des alten Montmartre erleben möchten, können Sie ins Lapin Agile gehen. Lapin Agile? Hat das etwas mit der dekadenten La Boheme zu tun? Ja! Das Kabarett wurde durch seine Stammkunden wie Pablo Picasso oder Utrillo unsterblich. Ja, ich erinnere mich. Dieses auffällige Gebäude an der steilen kleinen Straße? Genau das. Dort können Sie in wunderbarer Atmosphäre alte Pariser Chansons hören. Sehr empfehlenswert. Danke, das war alles. Moment, was ist mit den Bildern? Ich muss sie noch schicken. Sie sind abgeschickt. Jetzt kümmern sich unsere Spezialisten um die Bilder. Vielleicht sollte ich meinen Laptop nehmen. Ich werde Jacks Erklärungen sofort aufschreiben. Ich werde Jacks Erklärungen sofort aufschreiben. Ich muss mich umziehen. Ich laufe doch nicht im Anzug durch Paris. Jeans und meine Lieblingsjacke, das ist schon viel bequemer. Ich brauche Ihre Hilfe. Sie sollten sich freiwillig der Polizei stellen. Ich bin Amerikaner, wie Sie. Ich werde das Konsulat informieren. Es wird dafür sorgen, dass Sie Rechtsberatung und Kontakt mit Ihrer Familie bekommen. Ich stecke schon zu tief drin. Jemand will mich reinlegen. Warum sollte ich Ihnen glauben? Die Briefe. Es hat alles mit diesen verdammten Briefen angefangen, die ich in New Orleans bekommen habe. Die Polizei wird Sie sicherlich berücksichtigen. Ich kann Ihnen nicht helfen. Sie müssen sie sich ansehen. Ich habe Sie in meiner Wohnung. Ich bin nicht helfen. Hat Sie niemand darüber informiert, dass Sie hier keine Ermittlungen anstellen dürfen? Wenn Sie auf Jack Dupree anspielen. Wir haben nur ein paar Worte gewechselt. Es ist mir egal, wie viele Worte Sie gewechselt haben. Das Problem ist, dass Sie ihn überhaupt getroffen haben. Er bat mich um ein Treffen. Und warum haben Sie... Das war nicht mal... Ich will auf meinen Straßen keine Cowboys, die sich gegenseitig erschießen. Verstanden? Ja, verstanden. Sie erschießen sich lieber ohne mich. Ich bin zwar nur ein Polizist von vielen hier in Paris, aber ich versichere Ihnen, dass bei diesem Fall die gesamte Pariser Polizei hinter mir steht. Glückwunsch. Ich gebe Ihnen einen Rat. Gehen Sie in Ihr Hotel und packen Sie Ihre Sachen. Einer meiner Kollegen fährt Sie dann zum Flughafen. Und eins noch. Alle Beweismittel bleiben hier. Wenn Sie das Flugzeug noch erwischen wollen, müssen Sie jetzt packen. Ein Mann hat nach Ihnen gefragt. Sein Name war Carnot. Louis Carnot. Er wollte Sie dringend sehen. Ich kenne ihn nicht. Aber er kann auf mich warten, wenn es so wichtig ist. Haben Sie ein Auto besorgt? Natürlich. Hier sind die Schlüssel. Sie haben um die... Nein. Aber es ist die angenehmste Zeit. Man kann abends mit Freunden am Tisch sitzen und reden. Das stimmt. Die Atmosphäre ist sehr familiär. Freut mich, dass es Ihnen gefällt. Danke. Wir sehen uns dann später. Stets zu Diensten. Ein Mietwagen. Nicht gerade die beste Wahl für Straßenrennen. Ich mache Ihnen so viel Mühe. Ihre Kollegen sind bald mit dem Abendessen fertig und Sie sind immer noch in Uniform. Dafür können Sie nichts. Das ist mein Job. Wissen Sie was? Ich komme auch allein zum Flughafen. Warum machen Sie nicht einfach Feierabend? Ich kann nicht. Meine Anweisung lautet, dass ich persönlich überwachen muss, dass Sie in das Flugzeug einsteigen. Vertrauen Sie mir nicht? Darum geht es nicht. Es ist ein Befehl. Wenn Sie das Flugzeug verpassen, wird mir meine Zulage gestrichen. Ich muss meinen Mietwagen sowieso beim Flughafen zurückgeben. Kann ich einfach hinter Ihnen fahren? Gut. Aber bleiben Sie dicht hinter mir. Sie sehen mich ja im Rückspiegel. Ich kann ja auch vorfahren und Sie überholen mich dann. Beeilen Sie sich bitte. Gibt es noch einen anderen Ausgang in diesem Hotel? Es gibt noch den Personaleingang an der Hintertür. Kann ich den benutzen? Es wäre bestimmt einfacher, den Vordereingang zu benutzen. Danke. Wir sehen uns dann später. Stets zu Diensten. Ja. Was kann ich für Sie tun? Der Bambusstab wirkt hier irgendwie fehl am Platz. Ja. Was kann ich für Sie tun? Wissen Sie was? Ich komme mir schlecht vor. Darf ich Sie zu einem Kaffee und Croissant einladen? Hm. Ich bin aber im Dienst. Ich auch. Aber Sie können ja nicht einfach einschlafen oder vor Hunger umfallen, während Sie auf mich warten. Nur ein kleiner Gefallen von FBI zu Polizei? Na gut. Aber nur ein kleiner Happen. Wir müssen rechtzeitig zum Flugzeug kommen. Beeilen Sie sich bitte. Mich würde interessieren, wie es hinter den Kulissen der berühmten französischen Cuisine aussieht. Zweifeln Sie etwa an der Qualität unserer Speisen? Nein, ganz und gar nicht. Das freut mich. Und es gibt dort keine Touristenattraktionen, keine Bauwerke. Alle unsere Zutaten und Gerichte sind frisch. Der Rest bleibt ein Geheimnis. Verstehe. Nun, wenn das so ist, dann machen Sie mir doch bitte einen geheimen Kaffee und ein Croissant. Ausgezeichnet. Endlich essen Sie hier auch einmal. Den zweiten Haken werde ich sicher nicht mehr brauchen. én Alter, Entschl description. Ich gehe nicht weiter. Der Polizist würde mich auf jeden Fall sehen. Ist das mein Kaffee und das Croissant? Ja, das Croissant ist hervorragend. Sie werden es lieben. Danke. Bon Appetit. Entschuldigen Sie mich, ich muss ans Telefon. Das nennt man Versuch und Irrtum. Hier, Ihr Kaffee und das Croissant. Danke, aber das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Jetzt habe ich Ihnen schon etwas zu essen gebracht. Sie wollen doch nicht, dass es schlecht wird, oder? Wenn Sie darauf bestehen. Beeilen Sie sich bitte. Die Wettbewerden Ich bin fertig. Können wir dann? Ja, es kann losgehen. Ja, es kann losgehen. Ich muss irgendeinen anderen Zugang zu dieser Wohnung finden. Ich muss irgendeinen anderen Zugang zu dieser Wohnung finden. Ja, es kann losgehen. Ich liebe den Adrenalinschub. Eine Metallstange vom Geländer. Ja, es kann losgehen. 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 Hier muss früher ein Eingang zum Kamin gewesen sein. Ja, es kann losgehen. Ja, es kann losgehen. Ja, es kann losgehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt fehlt nur noch der Künstler Jack Dupree ist nicht besonders ordentlich, wie ich sehe An diesem Schlüsselring ist eine kleine Lampe Die könnte sicher irgendwann nützlich sein Es ist eine alte Karte von Eurasien Jemand hat mit Filzstift Symbole an die Windrose gezeichnet Brille, Tabletten, Formulare Nichts Ungewöhnliches Vielleicht gibt es ein Geheimfach in der Schublade Ich könnte dieses Brett vielleicht irgendwie anheben Ich habe den Eindruck, das könnte hilfreich sein Vielleicht gibt es ein Geheimfach in der Schublade Ich könnte dieses Brett vielleicht irgendwie anheben Als ich in der Grundschule war, hatte ich so ein ähnliches Rad Wow, der ist echt alt Wahrscheinlich laufen darauf nur Stummfilme Bedeutet dieser Reifen jetzt, dass Jack Dupree gerne Rad fährt? Oder ist das nur ein künstlerisches Accessoire? Das funktioniert nicht Brille, Tabletten, Formulare Nichts Ungewöhnliches Ich habe den Eindruck, das könnte hilfreich sein Vielleicht gibt es ein Geheimfach in der Schublade Ich könnte diese Ein langes, dünnes Metallstück, das an einem Ende gebogen ist Diese Objekte passen nicht zusammen Ein Innensechskantschlüssel Ich werde darum bitten, ihn in die Standardausrüstung des FBI aufzunehmen Diese Zahlen sehen nicht nach einer Telefonnummer aus, sondern eher nach einem Code Ich werde das in die Standardausrüstung des FBI aufzunehmen Ich werde das in die Standardausrüstung des FBI aufzunehmen Haken mit römischen Ziffern Damit die Kleidung nicht durcheinander gerät? Ich werde das in die Standardausrüstung des FBI aufzunehmen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Denk nach, Nicole! Haken mit römischen Ziffern Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Diese Zahlen sehen nicht nach einer Telefonnummer aus, sondern eher nach einem Code Das funktioniert nicht Wir brauchen eine andere Lösung Es ist eine alte Karte von Eurasien Jemand hat mit Filzstift Symbole an die Windrose gezeichnet Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jack war es sehr wichtig, die Kiste und den Notizblock zu finden Untertitelung des ZDF, 2020 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 Diese Kiste ist sehr wertvoll und ich würde sie nur ungern in meinem Zimmer lassen. Ja, ich habe schon gesehen, dass das ein wertvolles altes Stück ist. Ein Familienerbstück sozusagen. Interessieren Sie sich für Antiquitäten? Eigentlich nicht. Wenn Sie es sich anders überlegen, ich kenne einen Experten auf diesem Gebiet. Danke, aber ich habe keinen Bedarf. Ich wollte es nur sagen. Ich brauche die Kiste vielleicht bald wieder. Kein Problem. Jederzeit. Momate. Heimat der Künstler und der verspielten Frauen. Ich bin bereit. Gott kache. Äh. Ich bin bereit.